Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Materialtest-Video. Heute möchte ich mir mal Soft PLA anschauen, welches eine sinnvolle Alternative zu TPU darstellen könnte. Soft PLA ist, wie es der Name schon sagt, weich und eignet sich somit für Anwendungen wie Hüllen oder Dämpfer, ich denke hier an Antivibrationsfüße oder Außenteile an RC-Autos. Dazu kommt, dass sich das Material angeblich sehr leicht und wie normales PLA drucken lässt. In diesem Video möchte ich das überprüfen und im Anschluss meine üblichen Materialtests durchführen, um das Soft PLA mit normalem PLA zu vergleichen. Dafür hat mir Dominik Schische freundlicherweise eine Spule seines Olymp-Filler Triton Soft PLAs zur Verfügung gestellt. Links wie immer in der Beschreibung. Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut. Das Filament kommt gut verpackt und mit perfekter Wicklung. Im Anschluss habe ich die auf der Webseite angegebenen Drucktemperaturen im ProSers-Laser übernommen. Diese unterscheiden sich jedoch nicht wirklich von den normalen PLA-Einstellungen. Außerdem habe ich für den Anfang zur Sicherheit die Geschwindigkeit der Perimeter auf 25 mm pro Sekunde gesetzt. Hier könnte man jedoch auch noch etwas höher gehen. Dann habe ich einen ersten Testdruck auf meinem Karibu mit Bontech Extruder gestartet und diese Stoßstange für ein RCK gedruckt. Danach wollte ich das noch auf meinem Prusa MK4 mit dem Extruder testen und erreichte auch hier sehr schöne Ergebnisse. Als Beispieldruck habe ich diese Reifen hier gedruckt und bin sehr zufrieden mit Optik und Haptik der fertigen Bauteile. Im Anschluss habe ich außerdem meine Proben für die Testgeräte, einmal aus dem Soft PLA und einmal aus Prusa Man PLA, hier in rot, für den Vergleich gedruckt. Beginnen wir mit meinem 3-Punkt-Biegeversuch. Hier merkt man schon bei der Befestigung des Biegebalkens, wie weich das Soft PLA wirklich ist. Auch wenn ich den Versuch nicht wie üblich mit allen vier Gewichten durchführen konnte, da schon nach dem ersten Gewicht der Bereich meiner Messe überschritten wurde, konnte ich dennoch relativ genau den Biegemodul bestimmen. Je höher dieser Wert, desto steifer das Material. Beim Prusa Man PLA kam ich auf einen für PLA typischen Wert von 3224 MPa, was unter den 3D-Druckfilamenten relativ steif ist. Das Soft PLA hat ein Biegemodul von gerade einmal 229 MPa. Nun zum Kerbschlag-Biegeversuch, bei dem ich mir das Ergebnis schon denken konnte. Die Probe bricht nicht und absorbiert somit die gesamte potenzielle Energie des Hammers. Das zeigt einfach nochmal, dass das Soft PLA sehr weich und zäh ist und nicht wie normales PLA spröde. Das macht es für Anwendungen mit Stößen, wie eben im ferngesteuerten Auto, sehr sinnvoll. Normales PLA hat eine sehr geringe und für mich nicht messbare Bruchdehnung beim Zugversuch und hat eine Zugfestigkeit von etwa 60 MPa. Das Soft PLA hingegen gibt bei ca. 120 Nm nach, was bei meinen Proben einer Zugfestigkeit von ca. 13,7 MPa entspricht, reißt jedoch nicht und zieht sich ewig in die Länge, solange, dass es bei meinem Test zu keinem Bruch führte. Das passt auch wieder zu den Ergebnissen aus dem Biegeversuch. Insgesamt würde ich sagen, dass das Soft PLA eine sehr gute Alternative zur TPU ist. Die Anwendungsbereiche sind zwar ziemlich speziell, wenn man jedoch Hüllen oder wie auch schon erwähnt sehr stoßfeste bzw. stoßabsorbierende Materialien zwingend benötigt, ist es perfekt. Gerade der relativ niedrige Preis und die einfache Druckbarkeit würden mich hier überzeugen. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Tests zu verpassen. Ich habe z.B. auch PLA Tech da und arbeite gerade an Vergleichen und Tests mit Carbonfaser-PET-Filamenten.